So, servus YouTube und willkommen bei einem anderen, etwas anderen Video und zwar habe ich gerade eine Runde Black Ops 2 gezockt und ich wurde ganz wüscht als Hacker und Cheater beschimpft und ich lasse euch jetzt einfach mal mit dem Video kurz alleine und werde am Schluss dann nochmal was dazu sagen. Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Our flag has been taken. Hostile flag carrier is down. Enemy flag acquired. Hostiles have taken our flag. We dropped our flag. Indico me. Hostile flag returned. U.A.V. awaiting orders. Our flag is back at base. Lightning strike on standby. Lightning strike going. Lightning strike on standby. Das war's. Okay, hostile UAV above. We have the enemy flag. We have captured the enemy flag. Lightning strike on standby. Our flag has been taken. MQ-27 Dragonfire ready for deployment. A sensor has captured your target. MQ-27 Dragonfire ready for deployment. Lightning strike coordinates received. MQ-27 Dragonfire deployed. Enemy flag acquired. MQ-27 Dragonfire ready for deployment. We dropped their flag. Friendly UAV inbound. MQ-27 Dragonfire ready for deployment. MQ-27 Dragonfire ready for deployment. U.A.V. auswählten Orders. Wir haben die Anwälte anwählte. Begevracht, die Hostels haben ihre Anwälte anwählte. U.A.V. inbound. WDR-2-A.V. auswählte. Lightning strike, awaiting coordinates. Hostel hunter, killer drone inbound. MQ-27 Dragonfire, ready for deployment. Enemy flag acquired. We've captured the enemy flag. We have the enemy flag. Ready for task. UAV inbound. We dropped our flag. We have the enemy flag. We dropped their flag. Enemy flag acquired. Good job, agents. Get ready for the next round. Hard core, capture the flag. Secure the objectives. Care package inbound. Griffin-1-1 in from the south. Ten seconds. Lightning strike coordinates received. Inbound. Friendly RC-XD inbound. Enemy flag acquired. War machine deployed. Hunter-Killer drone deployed. Our flag carrier is down. Hostile flag returned. and from the South. FLEEPANTibilities. Which players move inbound. Lord, we're missing. ORL. Loaded and $RE finished. Our flag has been taken. Hostile flag carrier is down. Our flag is secure. Enemy flag acquired. They dropped our flag. Our flag is back to base. Our flag carrier is down. Be advised, hostiles have returned their flag. Enemy flag acquired. Our flag carrier is down. Be advised, hostiles have returned their flag. Hostile UAV above. Our flag has been captured. We have the enemy flag. Our flag carrier is down. Enemy flag acquired. Hunter killer drone deployed. We've captured the enemy flag. We have the enemy flag. Our flag has been taken. UAV inbound. Enemy flag acquired. We have the enemy flag. Enemy flag acquired. Unabhängig. Ausstel flag returned. We have the enemy flag. UAV inbound. Friendly lightning strike inbound. We've taken the advantage. We've captured the enemy flag. UAV awaiting orders. Friendly UAV inbound. Lightning strike awaiting coordinates. UAV inbound. Friendly care package inbound. Lightning strike coordinates received inbound. UAV inbound. So, and now back again. And, uh, I have here a little guest that I would like to imagine. Yo, hello guys, here is your Porat. Um what is going on? Um the hacking. Yeah, Dani, tell me what to do. What do you think about it, if you have a Call of Duty timer a really good run? And then suddenly, as a hacker, a cheater, and so, what do you think about it? I must say, first of all, I would like to say, I would like to have a good run. That you would like to call me. But, I think it's just unnötig. Because, let's end, people can see that in the film mode. Or, and, yeah, and then, you would like to see, that you don't hack, if you really don't do it. Yeah, I mean, if you really do it, then, I don't know, you would like to play, fair play. Yeah, yeah, you see that, that's the gameplay, that's where I'm so going to be if you're the worst. And, it's in the game mode. Yeah, I can't, just because, dass der Nubel da wahrscheinlich einfach grad voll auf die Fresse gekriegt hat, dass er gesagt hat, boah, New Hacking und Report Bitch und was weiß ich da gar nicht. Naja, ich find's halt ein bisschen schade. Gut, ähm, das war's eigentlich von mir. Dani, möchtest du noch irgendwas sagen? Ähm, ja, ich bin grad am Part 4 von den Neuzugängen am Hochladen. Das ist gut. Vielleicht, ich denke, ich werde die dann auch unten im Video verlinken. Also, dann bedanke ich euch schon mal fürs Zuschauen. Schreibt mir bitte eure Meinung unten in die Kommentare, was ihr von dem Video haltet oder was ihr auch allgemein von solchen Leuten haltet, die sagen, dass ihr hackt, wenn ihr mal einen guten Run habt. Das würde mich sehr interessieren. Gut, ich kling mich dann hier aus und sagen wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Seppiraten. Perfekt, jetzt muss ich bloß noch einen guten Punkt finden, wo ich synchronisieren kann, aber ich denke, das wird einfach. Oh, man, man. Achso, ich sollte vielleicht auch schon mal hier die Aufnahme... Hä, wie stopp' ich denn da die Aufnahme jetzt? bei mir haltet. Ses break mal da –elier – auf gmbh, 你 sagen wie Marshmallow und Ja, wie jetzt Klingel, schüph Morta, exact mal hierrer. Zwisch-L courte wie hier, im Moment ist ja hohe, die Americ psychology haben anschauen, doch weiter Patreonen können. Und vielleicht muss nicht füge da in die Grenzen ersch"! van,